vor uns sehen wir die neue insta 360 x3 und dieses video ist dafür da um die kamera etwas näher zu bringen wenn du sie gerade gekauft hast und noch nicht so richtig weißt wie sie funktioniert wie du die verschiedenen funktionen im menü einstellen kannst dann bist du in diesem video genau richtig deine insta 360 kommt in der schutzhülle und hier kannst du davon ausgehen dass die kamera module nicht zerkratzt werden an der seite siehst du hier die möglichkeit in der hülle deine kamera zu laden und zwar mit dem usbc anschluss der hier direkt vorhanden ist es geht aber noch mehr mit diesem anschluss zu machen dafür aber natürlich gleich später die erklärung erstmal nehmen wir die insta 360 aus der hülle raus und sehen hier die beiden kamera module die hier verbaut sind ein von und eins hinten und die sind dafür da um dir ein 360 grad bild zu liefern und das funktioniert bei insta 360 natürlich auch top auf dieser seite sehen wir verschiedene möglichkeiten zum einen hast du hier das mikrofon zum anderen wie gesagt die halterung für dein usb kabel es gibt aber auch noch die möglichkeit verschiedene andere dinge an diesen usb anschluss anzuschließen zum beispiel hier einen externen mikrofon adapter aber das gibt es dann extra noch mal im zubehör video weiterhin hast du dann natürlich noch eine möglichkeit dann den akku hier rauszunehmen und zwar ist dieser hier befindlich einfach rausnehmen und der passt natürlich auch nur von einer seite also kann nichts passieren dass du ihn falsch einsteckst das geht nur von dieser seite ansonsten gibt es dann hier die möglichkeit deine micro sd karte einzustecken ganz einfach oben ist immer die beschriftung dann hier direkt in den anschluss hinein kurz mal nachgedrückt und dann raste die automatisch in dieses fach ein akku wieder rein wie gesagt nur von dieser seite möglich dann richtig fest andrücken und wenn diese beiden hebel hier so aussehen dann ist deine kamera auch wasserdicht andere seite befindlich ebenfalls hier oben ein mikrofon noch mal ein mikrofon sieht aus wie eine klappe ist aber keine dahinter ist wie gesagt noch ein mikrofon verstaut dann die power on taste hier hast du gleichzeitig die möglichkeit bei lange drücken die kamera einzuschalten und beim kurzen drücken während der eingeschalteten kamera die kamera in den standby modus zu setzen die q taste da kommen wir ebenfalls noch im menü dazu die ist frei programmierbar hier kannst du dir verschiedene tasten funktionen auf deiner insta 360 als sozusagen schnellwahl speichern machen wir die kamera mal an und das geht wie gesagt lange drücken beim anschalter und dann kommt so langsam das menü zum erscheinen und auf der vorderseite sehen wir verschiedene möglichkeiten die kamera zu bedienen das werde ich jetzt noch mal erklären hier unten ist dann noch mal der stativ anschluss hier kannst du deine kamera direkt an verschiedene möglichkeiten anschließen zum beispiel den insta 360 stick oder verschiedener stative je nachdem was du da möchtest und hier vorn sehen wir natürlich ebenfalls noch zwei knöpfe das eine ist der aufnahme knopf für die aufnahme und das andere ist dann der knopf um die kameras umzustellen ob du die vordere oder die hintere kamera als vorschau haben möchtest die status led leuchtet entweder bei normalbetrieb blau und bei aufnahme leuchtet sie rot wenn wir uns jetzt das display anschauen dann sehen wir oben rechts den akkustand daneben links die restzeit deiner micro sd speicherkarte dann hier unten kannst du wie gesagt die kameras umschalten auf die vordere kamera oder auf die hintere kamera in bezug auf die vorschau und natürlich nachher auch im ein kamera modus dann auf den betrieb dann hast du hier die möglichkeit der videoeinstellung und dazu kommen wir jetzt als erstes sehen wir den video mode und wenn wir den einschalten dann haben wir natürlich hier die möglichkeit verschiedene untereinstellungen zu tätigen zum beispiel in welcher auflösung mein video mode sein soll da gibt es einmal 5,7 k und 4 card und hier unten hast du dann noch mal die bitrate bzw die fps die du dann zwischen 30 und 25 und 24 fps einstellen kannst viel mehr haben wir im video modus eigentlich nicht einzustellen und dann kommen wir natürlich gleich dazu dass hier oben natürlich auch noch die möglichkeit besteht zwischen 360 grad und einzelobjektiv auszusuchen alle einstellungen die wir jetzt tätigen die sind erstmal im 360 grad modus und danach werden wir die gleichen einstellungen noch mal tätigen im einzelobjektiv modus also jetzt gehen wir direkt vom video modus in den hdr modus und dieser active hdr modus der hebt dein kontrast verhalten ist der aufnahmen noch mal deutlich an diesen active hdr modus solltest du aber nur einschalten wenn du auch gute lichtverhältnisse hast wenn du keine guten lichtverhältnisse hast kann es in diesem modus passieren dass du hier sehr starkes bildrauschen bekommst was natürlich deine aufnahmen dann zerstört hier gibt es auch die möglichkeit diesen modus einzustellen bei 5,7 k mit 30 25 oder 24 fps und mehr kann man hier eigentlich schon gar nicht mehr einstellen dann werden wir jetzt diesen modus verlassen und gehen in den zeitraffer mode beim zeitraffer mode ist es möglich in 5,7 k bildauflösung bis zu 8 k zeitraffer aufnahmen zu machen oder diese dann wiederum auf 5,7 k umzustellen hier unten hast du noch die möglichkeit wiederum deine bitrate und die fps zwischen 24 und 30 frames pro minute zu wählen und mehr ist dann wie gesagt in diesem modus auch nicht vorhanden an einstellungsmöglichkeiten deswegen verlassen wir den wieder und gehen in den timeshift mode beim timeshift mode hast du das gleiche wie beim zeitraffer nur dass du hier bewegte zeitraffer aufnahmen in der möglichkeit hast diese aufzunehmen und das ganze dann wieder in 5,7 k mit 24 bis 30 fps wählbar der nächste mode den wir jetzt betreten das ist der bullet time mode und beim bullet time mode hast du hier verschiedene kamera effekte die du sozusagen wählen kannst zwischen einer auflösung von 3k bis 180 fps oder 4k bis 120 fps beim loop aufnahmen modus hast du hier die möglichkeit die kamera als dashcam zu verwenden und die nimmt das bild in videoschleife auf und wenn etwas wichtiges kommt was man aufnehmen möchte dann drückt man den aufnahmekopf zum beispiel zeichnet die kamera die letzten minuten auf dem internen speicher auf wie zum beispiel bei einem auto unfall oder bei sport aufnahmen gibt es hier die möglichkeit die sache zu nutzen hier hast du auch noch mal die möglichkeit den intervall deiner schleife einzustellen das geht dann sozusagen von ich glaube einer minute ja von einer minute bis zu 30 minuten und dann wiederum die bildqualität von 5,7 k und 4k auswählbar hier unten auch wieder die fps zahlen bei 5,7 k ist es nicht ganz so viel das dann hier nur bis zu 30 fps aber bei 4k hast du auch die möglichkeit bis zu 60 fps aufzunehmen der nächste mode ist dann der star labs mode und hier ist es möglich verschiedene nachtaufnahmen mit sternen zu kreieren wer da so ein bisschen variiert ist in diesen ganzen geschichten der hat hier die möglichkeit mal auflösung von 18 megapixel einzustellen auch einen timer der kommt noch wiederum dazu also einen timer kannst du ja auch noch mal aktivieren mit on und off und viel ist hier dann nicht mehr außer dass du noch mal das seitenverhältnis einstellen kannst hier ist es 2 zu 1 mehr geht bei den einstellungen dann auch nicht aber ich werde den modus ebenfalls mal ausprobieren nur klaren himmel in unseren breiten graden zu bekommen das ist ja dann auch nicht alt so einfach so dann schauen wir mal vom starlets modus gehen wir jetzt direkt mal wieder in den serien bild modus und bei den serien aufnahmen kannst du viele einzel bilder aufnehmen die du dir dann sozusagen im schnitt zusammenbauen kannst und das beste hiervon aussuchen kannst der nächste modus den wir hier uns anschauen ist der intervall modus und beim intervall modus für zeitraffer aufnahmen gibt es hier die möglichkeit deine zeitraffer aufnahmen einzeln zu speichern so dass du sie dann im schnitt einzeln zuordnen kannst dann sind wir schon wieder hier angelangt beim hdr foto modus und der hdr foto modus reagiert natürlich genauso wie der hdr bild modus nur dass du halt beim foto modus noch unterschiedliche einstellungen hast wie zum beispiel einen timer wenn du jetzt foto aufnahmen machen möchtest kannst du dann auch noch mal einstellen dass der erst nach 10 oder 15 beziehungsweise drei sekunden aktiviert wird das seitenverhältnis ist wiederum nicht wählbar in diesem mode das steht hier fest bei 2 zu 1 vom hdr foto modus geht es dann weiter in den normalen foto modus und hier sind 360 grad foto aufnahmen möglich auch wieder einstellbar in 72 megapixel oder dann in 18 megapixel der timer wird ja auch wieder aktiviert zwischen 3 und 15 sekunden und das seitenverhältnis steht fest bei 2 zu 1 hier in diesem modus in der 360 grad variante dann sind wir beim video mode wieder angelangt und sind natürlich alle 360 grad modus aufnahmen hier mal durchgegangen und kommen jetzt zu den einzelobjektiv modus und den verschiedenen einstellungen wenn wir hier im einzelobjektiv modus drin sind und auf video drücken dann hast du natürlich auch wieder die möglichkeit verschiedene dinge einzustellen und es gibt natürlich hier oben noch eine einstellungs variante der standard fov und der fov plus und da gibt es die möglichkeit dass du beim standard fov in der app oder in der schnitt software das sichtfeld beziehungsweise seitenverhältnis und die flow state stabilisierung einstellen kannst im fov modus plus kannst du zwar dann nur in hd aufnehmen aber dafür gibt man dir hier noch mal die möglichkeit das sichtfeld deiner kamera zu erweitern und ist dann wiederum in der bearbeitungssoftware komplett nach deinen wünschen zu kreieren und 1080p geht dann auch zusammen mit 2,7 k in diesem modus bei der 360 grad aufnahme wie gesagt nur in 1080p dann bist du noch hier in der möglichkeit der variante dass du dein seitenverhältnis im einzelobjektiv modus hier deutlich mehr einsetzen kannst denn hier gibt es auch noch mal die auflösung zwischen 16 zu 9 und dem instagram format beziehungsweise deinem hochkant handy format bei den bildgrößen sind wir hier auch noch ein bisschen variabel zwischen 2,7 k und 1080 und gleichzeitig die bitrate kann man hier bis 60 fps direkt einstellen beim standard fov ist es natürlich so dass du hier wahrscheinlich die gleichen möglichkeiten hast nein du hast beim objektiv noch mehrere möglichkeiten auch den weitwinkel hier direkt einzustellen wenn wir hier mal schauen gibt es auch verschiedene möglichkeiten dein objektiv in verschiedene weitwinkel positionen also gibt es noch etwas mehr einstellungsmöglichkeiten wie beim fov plus dann gehen wir mal wieder zurück in den nächsten modus und vom nächsten modus kommen wir direkt vom video modus in den ich modus und der ich modus ist eigentlich relativ interessant denn hier hältst du die kamera man sieht schon in dem vorschaubild einfach nur so direkt und du musst dir vorstellen deine linse nimmt dich dann direkt auf wie eine action kamera es ist auch nur diese linse aktiv im ich modus und du hast natürlich auch noch verschiedene möglichkeiten der einstellungen hier geht es leider nur bis 1080p aber du kannst natürlich deine bildformate wiederum ändern in hochkant oder 16 zu 9 format und die 1080p kannst du hier mit 60 fps pro minute regeln der ich modus ist von der bildqualität natürlich nicht allzu berauschend ich habe schon ausprobiert aber bei guten lichtverhältnissen kann man natürlich hier auch einige gute aufnahmen kreieren vom ich modus wechseln wir wieder dann in die loop aufnahmen und das ist natürlich mit dem einzelobjektiv auch möglich wenn wir uns hier die einstellungsmöglichkeiten so direkt mal anschauen dann kannst du hier wieder wählen zwischen dem sichtfeld und natürlich auch zwischen verschiedenen bildgrößen 16 zu 9 ist hier möglich 9 zu 16 ist möglich und natürlich auch wieder 4k 3,6 k und so weiter und so fort die bit rates die sind hier auch wählbar bis zu 60 fps gar nicht mal so schlecht und von diesem modus kommen wir natürlich direkt dann wieder in den foto modus für das einzelobjektiv und mal gucken ob hier vielleicht mehr möglichkeiten sind deine fotos noch besser zu kreieren ja hier oben hast du dann die möglichkeit noch mal verschiedene andere bildformate das 1 zu 1 format ist dazu gekommen hier direkt zu kreieren und natürlich auch wieder die megapixel anzahl zu wechseln zwischen 36 und 9 megapixel einen timer stellt man dir hier auch zur verfügung dieser geht wiederum bis zu 15 sekunden so der nächste modus vom foto modus wechseln wir wieder in den video modus und sind dann natürlich dann wieder am anfang dieser schleife angekommen es gibt aber noch mehr möglichkeiten dein bild bei dieser kamera einzustellen wenn du auf dem display von links nach rechts ziehst dann siehst du hier hast du noch möglichkeiten deiner manuellen bild einstellung du gehst erstmal auf den manuellen modus und siehst dann dass hier noch verschiedene möglichkeiten deiner bild einstellung kommen zum beispiel geht es dann erst mal auf bildprofile hier ist standard eigentlich relativ sinnvoll du kannst aber noch ein log profil hier einstellen wo du dann in der nachbearbeitung mehr möglichkeiten hast dein bild noch zu kreieren oder du bist dann bei lebhaft das ist ein relativ buntes bild wer es mag der hat hier auch den modus um dieses einzustellen dann geht es natürlich noch in die manuellen einstellungen komplett fürs bild hier hast du alles vom weiß abgleich bis zu verschiedenen bild einstellungen hier kannst du auch noch mal die iso dann direkt einstellen und hast natürlich für den weiß abgleich auch noch verschiedene möglichkeiten hier gibt es eine ganze menge zu tun und das ist sozusagen dann der manuelle modus der bild einstellung dann gibt es natürlich noch die weitere möglichkeit hier diese kamera zu bedienen indem du von oben nach unten ziehst und man sieht hier hat man natürlich auch noch möglichkeiten dein bild einzustellen bei diesem button stellst du dann deine signal töne ein daneben kannst du die status led hier direkt ein und ausschalten das heißt wenn die dann ein und aus ist dann hast du die möglichkeit ohne diese led aufzunehmen die leuchtet dann auch nicht mehr rot quick capture ist an du machst deine kamera an und sie nimmt aufgrund des anschaltens sofort auf wenn du quick capture ausgeschaltet hast dann kann die kamera hier mit diesem aufnahme button erst aktiviert werden und geht vorher erstmal in den stand by modus hier daneben gibt es dann die airports das heißt wenn du jetzt airports zur verfügung hast kannst du mit diesen airports auch hier alles hören was im bild passiert und gleichzeitig natürlich auch dann rein sprechen aber sei dir bewusst die qualität deines mikrofons bei den airports ist halt nur bluetooth und bluetooth ist nicht so schön wie ein extern angeschlossenes analoges mikrofon das klingt dann immer noch etwas anders so mehr nach maschine audio einstellungen kannst du hier auch noch verschieden tätigen zwischen diesem richtungsfokus und natürlich auch stereo und windrausch aktivierung wenn du jetzt sozusagen mal in lauter umgebung bist kannst du den audio menü hier nochmal einstellen weitere bild einstellungen sind dann noch der tauchkoffer modus diesen kannst du hier nochmal direkt aktivieren und gleichzeitig natürlich nochmal dein display von der helligkeit mit dieser taste regulieren hier hast du noch die möglichkeit eine bluetooth fernbedienung mit anzuschließen und dann nochmal die möglichkeit die stitching effekte beziehungsweise die stabilisierung hier nochmal zu aktivieren und weitere einstellungen gibt es dann nochmal mit dem kleinen rädchen hier kommst du dann mal komplett in deine kamera einstellung von kamera info über usb modus bis zu anderen weiteren kamera einstellungen kannst du hier nochmal alles direkt aussuchen wenn du dann in deiner insta 360 von links nach rechts ziehst kannst du hier nochmal deine gesamten aufnahmen betrachten die auf der sd karte gespeichert sind auch hier gibt es nochmal ein paar funktionen hier unten siehst du zum beispiel wie viele videotakes du bereits aufgenommen hast was du gerade siehst take 21 von 23 die aufnahmequalität wird dir hier unten nochmal angezeigt hier oben kannst du dann die aufnahmen löschen und hier gibt es nochmal die möglichkeit dir die ansicht etwas anders anzuzeigen denn hier werden deine filme noch mal kleiner angezeigt so dass du vielleicht eine bessere übersicht bekommen kannst was du hier sozusagen an aufnahmen drin hast das ist wie gesagt dann nochmal das menü um deine aufnahmen direkt anzuschauen und du wechselst natürlich wieder wenn du zurück swipes das gesamte einstellungsmenü steht dir nochmal per app zur verfügung hier hat insta 360 nochmal eine app entwickelt die auch sehr gut ist gleichzeitig kann man natürlich auch dann in der studio software seine videos schneiden meine app möchte jetzt erstmal ein update machen machen wir gerade nicht denn wir verbinden unsere kamera mal direkt mit dieser app und sehen hier ist alles nochmal extra zu steuern 360 grad modus kannst du umschalten dann auf einzel kamera betrieb dann hast du hier deine möglichkeiten die du auch im menü hast von den verschiedenen modi wenn du dann wieder auf 360 grad umstellst siehst du dass dir noch mehr modi zur verfügung stehen manueller modus auto modus manuelle funktionen ebenfalls hier in dieser app einstellbar und gleichzeitig natürlich noch viele viele andere dinge die du auch im menü hast also diese app sollte man sich definitiv runterladen weil du brauchst sie natürlich auch um deine insta 360 überhaupt zu aktivieren da sagte insta 360 dass du halt diese app unbedingt benötigst auf dem smartphone bei mir ist sie jetzt direkt auf dem ipad du kannst auch mit dieser app dann die aufnahmen steuern gleichzeitig hier mit einer 360 noch die aufnahme bedienen das ist gleichzeitig wie eine kleine fernbedienung also die app solltest du dir runterladen insta 360 heißt die genau wie deine kamera das war es dann jetzt erstmal mit der einstellungsmöglichkeit dieser insta 360 kamera ich hoffe ich konnte dir einigermaßen weiterhelfen was die modi betreffen und verschiedene einstellungsmöglichkeiten wenn dir dieses video gefällt dann gibt dem gern ein like abonniere meinen kanal wenn du mehr über die insta 360 x3 erfahren möchtest und ich sage vielen vielen dank fürs anschauen sehr gern bis zum nächsten video tschüss bye bye und winke winke